Immer wieder gibt es sehr kritische Kommentare unter unseren Videos. Die Rede ist von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder von Astronauten und Astronautinnen oder von Forschenden oder auch von ExpertInnen. Von einer geschlechtergerechten Sprache also. Und die Kritiker, ich nehme mal an, dass es vor allem Männer waren, haben ja quasi mit ihrem Gerente darum gebettelt, eine Studie dazu zu bekommen. Hier ist sie. Und die Ergebnisse sind echt ziemlich beeindruckend. Dass es so krass ist, hätte ich nicht gedacht. Hier gibt es Take, die spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Moment, ich mach's noch härter. Liebe ZuschauerInnen. Bei Google wird das übrigens inzwischen schon in der Autokorrektur angeboten. Auch wenn diese Anrede einigen nicht gefallen wird, das lassen jedenfalls eure Kommentare vermuten. Das zeigen auch Befragungen. Zum Beispiel die repräsentative Umfrage des Vereins der Deutschen Sprache aus dem vergangenen Jahr 2019. Demnach ist die Mehrheit der Deutschen gegen eine genderneutrale Sprache. Sie wird als überflüssig und lästig empfunden. Neun von zehn der Befragten nutzen demnach auch privat keine geschlechtergerechte Sprache. Das ist aber ein riesiges Problem mit fatalen Konsequenzen und da ist sich die Wissenschaft einig. Und wir sind ja ein Wissenschaftskanal. Denn die Sprache hilft enorm dabei, Frauen sichtbar zu machen. Obwohl wir das Jahr 2020 haben, fragt man bei Nebenwirkungen noch immer nur den, Zitat, Arzt oder Apotheker. Gibt es neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft, waren halt Wissenschaftler und Forscher beteiligt. Und das Witzige ist, selbst wenn die Teams nur aus Frauen bestehen. Die Frauen, also Ärztinnen und Apothekerinnen sowie die Wissenschaftlerinnen und Forscherinnen seien ja mit gemeint. Doch Studien demonstrieren die Macht der Sprache. Und wenn jemand von einem Arzt spricht, denken wir tatsächlich auch eher an einen Mann. Die Frau aber, die diesen medizinischen Beruf ausübt, kippt dabei hinten über. In einer Studie, die bereits vor knapp zehn Jahren stattfand, wurde nach berühmten Persönlichkeiten gefragt. Lautete die Aufgabe, nennen sie drei Politiker, nannten die Befragten tatsächlich deutlich mehr Männer als bei der Aufgabenstellung, die explizit nach Politikern und Politikerinnen fragte. Auch bei anderen Fragestellungen nannten die Testpersonen deutlich mehr Frauen, wenn die Formulierung gendergerecht war. Die Linguistin Karin Wetschanow sagt, dass geschlechtergerechte Sprache einen großen Einfluss hat und eine andere Sicht auf die Welt schafft. Gedanklicher Einbezug bewirkt Wahrnehmen von Chancen, macht Räume auf, zeigt Beteiligungen von Frauen an kulturellen Leistungen und historischen Ereignissen auf. Weitere Studien zeigen auch ganz deutlich, dass gendergerechte Sprache dabei helfen kann, die Gleichstellung von Frau und Mann nach vorne zu bringen. In einer Untersuchung aus dem Jahr 2015 hatten ExpertInnen Kindern im Vorschulalter Jobbezeichnungen vorgelesen. Einmal nur, und das ist jetzt wirklich krass, in der männlichen Form, also beispielsweise Ingenieure und Geschäftsführer, zum anderen aber auch in einer gendergerechten Sprache. Also in unserem Beispiel Ingenieure und Ingenieurinnen und Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen. Bei letzterem schätzten die Mädchen diese Berufe als erreichbarer für sie ein und trauten sich demnach auch eher zu, diesen Job für sich selbst auszuwählen. Sprich, schon im Kindesalter werden mit der männlichen Form Gedanken und Vorstellungen geformt, die später das Leben konkret beeinflussen. Hammer. Ein klarer Beleg dafür, dass Sprache ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Diskriminierung ist. Woran also liegt es, dass Gendern so unbeliebt ist? Ein Argument, was oft genannt wird, ist die Ästhetik, Lesbarkeit und Verständlichkeit von Texten. Doch auch das hat die Wissenschaft bereits entkräftet. Ein Experiment aus dem vergangenen Jahr 2019 konnte zeigen, dass es bezüglich der Verständlichkeit keine signifikanten Unterschiede zwischen der sogenannten maskulinen Form und der Paarform gibt. Das wurde an unterschiedlich formulierten Stromverträgen getestet. In denen einmal nur die Zitat-Kontoinhaber angesprochen wurden und zum anderen in der Paarform nämlich die Zitat-Kontoinhaber oder Kontoinhaberin. Die Befragten hielten die zweite Version allerdings für weniger ästhetisch. Doch Sprachforschende lassen dieses Argument nicht zu. Dazu die Expertin Claudia Posch. Sprache ist nicht dazu da, schön oder hässlich zu sein. Auch die Bedenken, dass durch eine geschlechtergerechte Sprache der Lesefluss gestört wird, lässt die Wissenschaft nicht zu. Denn um Worte zu lesen und es zu erfassen, sind nur wenige Anhaltspunkte möglich und Experimente zeigen, dass Lesen und Verstehen auch gut funktioniert, wenn die Buchstaben komplett durcheinander sind. Also das Wort, wenn man ein Wort nimmt, wo Ende und Anfang gleich sind und dazwischen die Buchstaben einfach durcheinander mixt, werden die trotzdem ganz leicht gelesen. Das größte Problem beim Gendern sind offensichtlich die Gefühle, die bei vielen uns dadurch ausgelöst werden. Denn damit wird etwas in Frage gestellt, was wir seit vielen Jahren anders kennen. Möglicherweise fühlt man sich dadurch auch bedroht und bekehrt, also persönlich angegriffen. Manche Männer empfinden das Thema sogar als gefährlich. Dazu Annelies Kaiser, Professorin für Gender Studies in Freiburg. Viele Männern macht das sogar Angst. Sie fürchten, dass ihnen mit der zusätzlichen Betonung anderer Geschlechter im übertragenen Sinne selbst weniger Raum gegeben wird. Dass man ihnen vielleicht auch auf anderer Ebene etwas wegnimmt. Doch an dieser Stelle ist es höchste Zeit, unsere Routinen zu überdenken und aus unserer eigenen Komfortzone herauszukommen. Denn klar ist, geschlechtergerechte Sprache ist Arbeit und dafür braucht es Motivation. Dabei ist uns bei Clixoom klar, dass es schon helfen würde, wenn einige von uns geschlechtergerechte Sprache selbstbewusst und zielgerichtet in unseren Alltag integrieren würden. Und das machen wir bei Clixoom. Und darauf sind wir auch stolz. Denn wir sind von diesem Standpunkt absolut überzeugt. Und wie es die wissenschaftlichen Erkenntnisse ja bestätigt haben, die stützen uns. Und teilweise schon seit 30 Jahren. Natürlich haben wir nicht das Recht, unsere Sprache anderen aufzuzwingen. Also ihr könnt formulieren und kommentieren, wie ihr wollt, aber wir können als Vorbild vorangehen und jede und jeder bekommt Zeit und Raum, sich seine eigenen Gedanken dazu zu machen. Also in diesem Sinne freue ich mich auf eine angeregte, sachliche Diskussion unter diesem Video. Hasskommentare oder jede Form der Unsachlichkeit werde ich entsprechend behandelt. Und in diesem Video geht es noch um mehr, was ist mit den anderen Geschlechtern, also denen außerweiblich und männlich. Aufruf gegen gendergerechte Sprache, also anklicken, anschauen, aber auf jeden Fall Clixoom Science & Fiction abonnieren. Bis dann, bleibt dran!